Hey Leute, herzlich willkommen zurück im HQ der XCOM. Ja, mal schauen, was liegt als nächstes an? Drei Tage noch, dann ist der Satellit fertig, die neuen Soldaten treffen ein, Plasma-Pistolen werden in sieben Tagen erforscht und in acht Tagen ist das Erdwärme-Kraftwerk fertig. Das ist schon mal sehr gut, denn dann haben wir genügend Energie, um wieder neue Gebäude zu bauen. So, ich wollte noch mal ins Lagezentrum gehen, denn mir ist noch aufgefallen, dass ich den Schwarzmarkt beim letzten Mal besucht habe. Wir haben hier sehr viele Leichen und ich weiß nicht, 15 Leichen, zum Beispiel Sektuiden, Schweber und Dünner Mann haben wir noch mehr, deswegen gebe ich hier mal ein paar Leichen ab. 15 dürfen eigentlich genügen von jeder Art. Das heißt, wir würden wieder ein bisschen mehr Geld bekommen. Eine Muton-Leiche haben wir. Ja, okay. Ja, das sieht gut aus. Ich würde mal sagen, den Handel schließen wir ab. Jetzt haben wir wieder 66 Dollar. Und ich wollte die Leute hier noch ein bisschen ausrüsten. Mir ist nämlich noch wieder was aufgefallen. Und zwar unser Unterstützungssoldat. Der kann nämlich von mir aus gerne mal hier die Schalenrüstung bekommen. Die haben wir nämlich noch über. Und ja, auch ein Lasergewehr haben wir für den noch. Sehr schön. Das Medikit kriegt er dann noch. Und ja, das war's soweit. Der ist schon mal ganz gut ausgerüstet dann. Ähm, Frank wollte ich auch noch ein bisschen was machen, beziehungsweise im Moment, da muss ich erst noch mal kurz zu Kati. Denn Kati wird die Laserpistole jetzt erstmal wieder abgeben. Die bekommt nämlich der gute Frank jetzt erstmal. Denn, äh, Frank hat ja den Streulaser. Und der ist auf Entfernung natürlich ziemlich bescheiden, um das mal so zu sagen. Deswegen bekommt er jetzt die Laserpistole, mit der er vielleicht auf Entfernung noch ein bisschen besser ist. So, der Stormtrooper, den wir jetzt immer mitnehmen, ist Sergej Zinchenko. Ähm, und bei dem wollte ich die Schrotflinte gegen ein Sturmgewehr austauschen. Und natürlich kriegt er den Pulsbogen. So, jetzt bin ich am Überlegen. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Vielleicht kann ich ja sogar noch eine Rüstung für die beiden kaufen. 18 kostet das jeweils. Also 36 und 20 Legierungen. Ja, komm, weg damit. Haben wir noch 30 Dollar über. Wie teuer ist denn so ein schwerer Laser? 23 und ein Lasergewehr. 19. Ja, ein Lasergewehr. Ne, komm, ich nehme erstmal den schweren Laser. So, 7 Credits haben wir jetzt nur noch. Ach, du heilige Scheiße, ey. Okay, egal. Was tut man nicht alles dafür, seine Leute gut auszurüsten? So, Schalenrüstung. Und hier das leichte MG gegen den schweren Laser austauschen. Und hier, Sergej, du bekommst auch noch zumindest eine Schalenrüstung. So. Muss mit dem Sturmgewehr auskommen noch. Falls wir mal wieder zum Einsatz gerufen werden. Aber momentan ist alles friedlich. Kann sich aber ändern. Dann, wir scannen mal nach Aktivitäten und dann wollen wir mal schauen. Alles klar. Der Satellit ist fertig. Und ich würde mal sagen, den starten wir direkt. Ähm. Ja. Zu den, äh, jo, Amerika gibt natürlich ordentlich Geld. Zu dem Boni hier. Mir ist aufgefallen, der Bonus Luft und Weltraum. Wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal schaue, seht ihr wohl, das ist schon hell. Also dieses Expertenwissen haben wir jetzt sowieso schon. Und, ja, was würde ich hier bekommen? Wissenschaftler und ein Ingenieur. Äh, hier würde ich einen Wissenschaftler bekommen. Hier ein Ingenieur. Naja. Hier zwei Ingenieure. Und ja, Europa halt, äh, Wissenschaftler. Ich frage mich, wer dann freiwillig zum Beispiel hier hingeht, wo man nur einen Ingenieur bekommt, wenn man zum Beispiel hier gleich zwei kriegt. Keine Ahnung. Na gut. Ihr seht schon, der Schritt hier würde direkt drei Wissenschaftler mehr bringen. Frankreich bringt 80 und Großbritannien 100. Dann ist, äh, die Wahl recht schnell getroffen. Ich würde mal sagen, wir gehen mit unserem nächsten Satelliten nach Großbritannien. Ist auch krass, ne? Wenn man jetzt in den Satelliten reintut, gibt's drei Wissenschaftler mehr sozusagen. Es wird spannend ablassen. Wir verfolgen mehrere nicht identifizierte Ziele. Ja, quatsch mich nicht voll. Und wenn man dann noch einen reinpackt, kriegt man nur zwei. Also, ist ein bisschen merkwürdig. Aber egal, wir nehmen das hier natürlich. So, ihr gebt auch ordentlich Geld. Nochmal 100 mehr im Monat. Und das hat sich doch schon mal gelohnt, oder? So, Einsatzleitung, wir scannen Aktivitäten, so wie sich das gehört. Und, okay. Die Aliens starten mal wieder an Angriff. Entführungen wurden gemeldet. Wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlop markiert. Yo. Frankreich zum einen hätten wir hier. Ah, vier Wissenschaftler. Ne, ne, Wissenschaftler kriegen wir schon genug. Einen Rekruten. Käpt'n schwer. Ne, danke. Oder, wow. 200 Dollar. Hier in Vancouver, Kanada. Alles klar. Da fällt mir die Wahl wirklich nicht schwer. Also, weil einen schweren Typen haben wir Grants, der eigentlich schon recht gut ist. Und zur Not haben wir diese neue Lady da noch mit am Start. Und, äh, Geld kann man immer gebrauchen. Vor allem, weil wir ja bald dieses eine Gebäude noch bauen müssen. Also gehen wir hier hin. Und ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alles soweit schon richtig gemacht, oder? Splittergranaten, Splittergranaten, Medikit, Laserwaffe. Ah, haha, warte, Moment. Du hast noch nicht, du hast die Schalenrüstung gar nicht. So. Ja, das sieht doch mal gut aus, oder? Das komplette Team ist jetzt mit Schalenrüstungen ausgestattet. Das heißt, die dürften ganz gut was weghalten. Und wir können direkt in den Einsatz starten, würde ich mal sagen. Also, ich bin guter Dinge, dass wir das gut erledigen. Außer diese kranken Nahkampffiecher kommen wieder mal in Reichweite. Dann sehen wir wieder mal ganz alt aus. So, um 4 Uhr starten wir hier Richtung Kanada. Und um kurz nach 6 sind wir schon da. Das sind mal Flugzeiten, die können sich sehen lassen. Ähm, wir beginnen direkt mit dem Angriff natürlich. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Okay. Wert gemacht. Leute, wir kennen das doch schon, oder? Immer wieder das Gleiche hier mit den Gegnern. Die Aliens sollen alle ausgeschaltet werden. Keine Zivilisten mehr in der Nähe. Die haben alle das Weite gesucht. Aber, wer will es ihnen verübeln, oder? So, Tankstelle, oder was? Oha. Leute, wir stehen hier scheinbar an einer Tankstelle. Ich verschaffe mir mal eben einen Überblick hier. Tankstelle. Hier hinten Lagerhallen, oder was? Oh man, ja, ich hoffe mal, dass die Tankstelle nicht hochgehen kann. Das wäre mehr als ungünstig. Aber gut. Wir fangen erstmal mit den ganzen etwas schlechteren Leuten an. Kelly zum Beispiel stellen wir hier vorne direkt hin. Und die geht dann auf den Feldposten. So, der neue Stormtrooper geht hier vorne hin. Super, noch keine Aliens gesichtet. Das heißt, wir können uns hier erstmal schön formieren. So, Frank the Tank. Ja, der kann sogar da hinten noch hinrennen, ohne dass er hier irgendwie noch spurten müsste. Grants kann leider nur bis hier vorne kommen. Ja. Okay. Kann man nix machen. Muss er halt da hin. Auch auf Feldposten wieder. So, McAntire. Ah, das ist so schön. Der hat diese extra Bewegungspunkte immer. Trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier vorne hingehen soll. Trotzdem versteckt er sich erstmal hier hinter der Zapfsäule. Ey, das ist auch ein geiles Versteck, oder? Wenn da jemand draufschießt und die ganze Scheiße hier in die Luft fliegt, dann will ich aber nicht in der Nähe sein. Oh, was machen wir mit Kati? Die muss spurten. Dann spurtet die hier hinter Frank. Da steht sie hoffentlich sicher. Und Frank passt gut auf sie auf. Weil sie kann jetzt leider nicht mehr auf Feldposten gehen. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier über die Tankstelle gehen soll. Ich hab ein bisschen Angst, dass hier das alles nachher in die Luft fliegt. Deswegen geht Frank mal hier vorne hin. Und hat sogar direkt... Oh, dünne Männer gesichtet. Okay, der eine jumpt aufs Haus hinauf. Und der andere steht unten. So, jetzt können wir direkt mal schauen. Frank switcht auf die Laserpistole. Wie viel Chance hast du denn? 69 Prozent. Wow. Ja, komm. Mach mal einfach zwei Schüsse, Frank. Vielleicht kannst du den ersten Gegner ja sogar schon ausschalten. Nee, das war daneben. Und das war auch daneben. Aber er hat immerhin hier schön Schaden angerichtet an der Fassade. Ist doch auch schon mal was wert. Jetzt muss ich überlegen. Äh, wie gehe ich jetzt am besten weiter vor? So, guck mal. Du könntest hier vorne hin. Siehst du dann einen Gegner? Ja, er sieht auch einen Gegner. Und zwar den dort unten. Mit 50-prozentiger Trefferchance. Na komm, gönn dir. Ja, guck mal. Der trifft Frank. Und das mit nur einem Schuss, ne? Da kannst du dir nochmal eine Scheibe von abschneiden. So, Kati. Was machen wir mit dir? Ah, die kann eigentlich nichts machen jetzt. Kelly. Kelly könnte bis hier vorne rennen. Ich glaube, die können alle nur Frank sehen. Und Frank kann richtig was wegstecken. Aber der wird dann vergiftet, wenn er getroffen wird. Obwohl, nee, wird er ja gar nicht. Ähm, ich glaube, die gehen erstmal alle auf Feldposten. So, Kati. Ja, Kati steht echt ein bisschen doof. Die geht einfach mal hier hin. Der bringt gar nichts, ey. Komm, geh auch auf Feldposten, meinetwegen. Grants geht... Hat er hier noch Deckung dann überhaupt? Mal schauen. Na, okay, da sieht ihn eh nicht der andere, äh, der Alien da oben. Und McIntyre könnte auch nochmal nach hier vorne rennen und schießen vielleicht. Hätte... Oh, hier hätte der richtig gute Deckung. Okay, ich riskiere es mal, mich hinter der Zapfsäule zu verstecken. Scheiße, Schweber auch noch. Okay, jetzt habe ich ein Problem, obwohl Kelly mit ihrem Reflexschuss direkt schießt. Was macht ihr denn da? Okay, es wurden zwei Gegner gekillt, aber ich weiß nicht von wem und warum und... Äh? Okay, also ich weiß gerade nicht, wer jetzt alles Reflexschüsse abgefeuert hat. Aber zwei Gegner hat es schon erwischt und McIntyre kann auf den da oben... Oder... Ey, du siehst doch noch einen zweiten. Hä? Guck mal, hier wird doch angezeigt, der hat noch einen zweiten. Was, da ist doch gar kein Gegner. Oder kommt da gleich einer? Keine Ahnung. Okay, dann schießt er halt auf den da oben mit 53%iger Chance. Hoffen wir mal, dass der... Ja, sauber, der hat sogar gesessen. Schönes Ding. So, die Aliens sind dran. Oha, da kommt der nächste Schweber. Und der wird wahrscheinlich jetzt auf McIntyre schießen, oder? Nee, er will sich zurückziehen. Aber Grand City noch. Er öffnet das Feuer und knallt ihn eiskalt ab. Sehr schön. Geiles Ding. Okay. Oh man, da haben wir ja wirklich, äh, eine gute Arbeit gerade geleistet. Ey, haben wir echt die ganzen Gegner gekillt gekriegt. Mit den Reflexschüssen und so. Sowas, äh, passiert eigentlich auch recht selten. So, Frank geht hier hinter dem Pick-up. Okay. Nichts los hier, also kann er auf Feldposten gehen. Oh, Grands müsste direkt mal gleich nachladen. Der hat richtig Muni verschossen. Kati spurtet hier vorne hin. Da war ja eh alles easy. Die hat auch noch gar nicht geschossen bisher. Kelly hat auch schon einen Schuss abgefeuert. Sie geht meinetwegen hier hin. Muss noch nicht nachladen. Ist noch nicht notwendig in meinen Augen. Also, ab auf den Feldposten. So, du. Du solltest jetzt ein bisschen weiter nach vorne kommen. Renn mal schön nach da vorne. Hat zwar auch schon geschossen, aber noch nichts passiert. So, er sieht immer noch einen Alien angeblich. Ne, das ist ein Bug. Also, das ist ein Bug, dass der hier noch einen Alien sieht. Ähm, oh, der kann so schön weit laufen, ne? Der rennt direkt hier vorne zu dem Getränkeautomaten. Und geht dann auf Feldposten. So, Grands. Du rennst hier hin. Zu der Zapfsäule. In der Hoffnung, dass das Ding nicht explodiert. Und lädst deine Waffe nach. Okay, warum zum Teufel ist die Scheibe da vorne jetzt zersprungen? Also, wir sehen auf jeden Fall, dass dort irgendwo noch Gegner sind. Zum Beispiel da. Die beiden Schweber. Boah, der Unterstützungssoldat hat gleich wieder den nächsten Gegner gekillt. Hä, wie, wat? Ne, ich dachte gerade, er hat noch einen zweiten Schuss. Das wäre ja schon ein bisschen strange. Okay, wir sind schon wieder dran. Wow, die Gegner haben scheinbar gar keinen Bock. Ähm, du müsstest bald mal nachladen. Deswegen gehst du einfach hier vorne hin. Wen sieht er denn jetzt? Keine Ziele verfügbar. Ja, ach, das ist dieser Bug. Okay, komm, dann wärst du nachladen. So, Kelly. Kelly, was machen wir mit dir? Wir könnten auch versuchen... Den Schweber, der ist da drin. Das wissen wir ja. Wir könnten ja versuchen, den mit dem Pulsbogen mal einem mitzugeben. Das heißt, Frank rennt mal hier vorne hin. Und geht dann auf Feldposten. So. Grants, du gehst auch auf Feldposten. Kelly geht auch auf Feldposten. Oder ne, die rennt gleich da vorne hin, wo Kati ist. Das heißt, Kati stellt sich hier hin. Und geht dann auch auf Feldposten. Kelly geht hier hin. Und auch auf Feldposten. Und er soll hier reinrennen eigentlich. Oder ne, wartet mal. Der geht hier hinten hin. Da in die Deckung. Und kann dann mit dem Pulsbogen vielleicht nächste Runde angreifen. Mal schauen. So, die Gegner sind dran. Ah, okay. Der bewegt sich. Werd jetzt natürlich direkt von Grants wieder unter Beschuss genommen. Aber Grants hat diesmal daneben geschossen. Okay. Auch ein Profi wie Grants kann mal daneben schießen. Aber er zieht sich zurück, Leute. Oh, ne. Shit. Auf dem Dach sind noch mehr. Okay. Das wusste ich nicht. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problemchen. Oh, Mann. Sieht die irgendjemand? Ich glaube nicht, ne. Doch, Grants sieht jemanden. Aber Grants... Oh, ich hab echt Panik. Weil der hier so mitten im Dingens steht. Ich glaube, Grants sollte mal einfach möglichst schnell hier vorne hinrennen. Ja, Grants spurtet mal hier vorne hin. Ich hab da nämlich gar keinen Bock drauf, dass der jetzt irgendwie aufs Maul kriegt. Ähm, du gehst hier vorne hin, oder? Die könnten auch nach oben gehen. Wir wissen ja, dass hier oben die Aliens sind. Also wir sollten vorsichtig sein. Oh, wir könnten so schön weit gehen. Aber, ne. Das spare ich mir fürs nächste Mal. Du gehst hier hin. Gehst auf Feldposten. So, Kelly geht auch auf Feldposten. Zinchefsko, du gehst hier vorne mit hin. Obwohl, Moment. Äh, nee, du... Nein. Ah, du sollst die Tür öffnen, mein Lieber. Oh, Mann, ey. Guck mal, Tür. Ah, okay, genau, weil da nämlich ein Gegner ist. So, warte mal. Frank, kannst du den Gegner mit deiner Pistole treffen? 92-prozentige Chance. Und der geht da nicht drauf bei. Also, ich hoffe jetzt, dass Frank den... Na, du hast... Was? Warum triffst du jetzt kritisch? Ach, Frank. Ich wollte den... Oh, Mann, ey. Scheiße, Leute. Ich wollte den, äh... Den Schweber eigentlich dann mit dem Pulsbogen angreifen. So, okay. Äh, nur noch Kati ist dran, oder? Ja, nur noch Kati hat den Zug. Und die werde ich gleich auf Feldposten schicken. Und dann schauen wir mal, was die Aliens machen. Allerdings mache ich das erst beim nächsten Mal. Vielleicht kriegen wir ja noch wen mit dem Pulsbogen. Wer weiß. Sei auf jeden Fall dabei, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Unknown. Bis dahin, macht dir noch einen schönen Tag. Ciao.